hier geht es darum was kräfte bewirken also ob die rakete hochfliegen lassen wasserrakete haben wir gebaut alles solche sachen und so weiter es geht auch um impulse haltungssatz und so weiter oder f gleich m mal a und 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 ich rede jetzt damit ihr hier mal schaut hier oben hier erscheinen schon die links damit man ganz schnell dazu greifen kann bzw ein paar sekunden warten jetzt müssten schon gleich die ersten links hier erscheinen dass man ruhe aussuchen kann das war eigentlich der grund dieses videos mehr nicht ich wünsche wieder alles gute beim verstehen